ich habe die Ehre halten dass sich das Monats Gewinnspiel führen den Oktober auf Fantasy Ramaphans.de auslösen darf es ersten Platz gibt es 30 Monkristalle also richtig was feines dann 10 mystisches Foto für den zweiten Platz und noch ein magisches Netz für den dritten gut dann denke ich mal kurze Rede langer Sinn beginnen wir mit der Auslösung 17 die Leute haben sich am Gewinnspiel beteiligt also auch einige da sagen auch Danke dafür gut dann starte ich einfach mal und zwar für den dritten Platz und zwar ein magisches Netz gewinnt die Nummer 8 und zwar ist das herzlichen Glückwunsch zum magischen dann wer gewinnt 10 mystisches Foto 10 mal die 10 gut das passt ja perfekt würde ich mal sagen und zwar ist das Minus in den jahren 33 Minus herzlichen Glückwunsch so gut und dann Platz 1 also 10 mystisches Foto hat Nummer 10 gewonnen und Platz 1 gewinnt die Nummer 1 nein das gibt es ja nicht ich wäre wahnsinnig okay dann ist das Sonnenelfe Sonnenelfe nicht Hilfe Sonnenelfe herzlichen Glückwunsch zu 30 Mondkristalle also auch was richtig feines das nenne ich jetzt hier mal Zufall pur wer könnte das natürlich nachrufen bei Raine Punkt macht es ist ein Zufallsgenerator da bestimmt nicht ich dass das rauskomme aber das wird es echt ein witziger Zufall bei einem Zufallsgenerator also damit hätten wir die drei Preise ausgeloste sie werden dann in den nächsten Tagen gebucht die Gewinne herzlichen Glückwunsch an allen drei Gewinnern und auch dann können die anderen Teilnehmer vielleicht klappt es ja dann das nächste Mal mal gucken und dann war es das mit diesem kurzen Auslösungsvideo danke fürs zu gucken weiterhin viel Spaß in Fentycerama und auf Fentyceramafans.de bis denne Ciao Ciao